Hey hey, ich nehme euch mal mit ins Gym und zwar kann ich ja leider keine Handstände machen gerade, daher ging es heute um einseitiges Beintraining. Trotzdem habe ich natürlich meinen kompletten Körper aufgewärmt und besonders auch meine Schultern ein wenig durchmobilisiert, dass ich da nicht komplett einröste. Kombiniert mit ein paar Bauchübungen habe ich dann Cossack Squats, Lunges und Single Leg Deadlifts aufgewärmt. Erst ein wenig mit freien Gewichten, später bin ich dann für die Split Squats noch an die Smith Machine gegangen, weil ich mich da einfach sicherer fühle. Insgesamt hat es mega Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen Gewichte drauf zu packen und dabei natürlich auch ein bisschen ins Schwitzen zu kommen.